hallo herzlich willkommen aus der chaoten küche ich begrüße euch zu einem neuen video ich bin ella und mache heute für euch bananen ei pancakes aus zwei zutaten ihr braucht einfach nur zwei bananen vier eier eine pfanne ein bisschen öl und schon könnt ihr euch ein leckeres frühstück machen was auch jede diät reinpasst viel spaß beim zuschauen und let's go so so ihr lieben die pancakes sind fertig wie man so schön sehen kann die menge hat acht stück ergeben das heißt wenn ihr mehr braucht dann einfach nur die menge verdoppeln ich bedanke mich fürs zuschauen habt einen schönen tag oder je nachdem wann ihr das video schaut vergesst bitte nicht mein video zu liken wenn es euch gefallen hat zu kommentieren und vielleicht meinen kanal zu abonnieren ich bedanke mich schon mal in dem sinne habt eine schöne woche wir sehen uns ganz bald wieder ganz liebe grüße eure ella ciao